Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde GTA Online und der Typ neben mir sitzt völlig falsch. Das kann ich jetzt schon sagen. Der tolle Gunner sitzt nämlich nicht in der Valkyre vorne, sondern direkt hinter mir. Das wird ein sehr schöner Fail. Egal, wir probieren trotzdem das Beste. Wir sind beim Bodenpumpen. Das Einzige, was ich halt nicht wollte, war Pilot zu werden. Das war so das Einzige, was für mich wichtig war. Dann schauen wir mal. Das wird halt jetzt so dämlich. Dann wollen wir mal. Sauber. Sehr gut. Sprengen wir die Türsteuerung. Ja, oder so. Gehen wir rein. Was wir brauchen, ist, dass wir in eine Forschungsteuerung in der Mitte der Facilität sind. Geh schnell, geh durch den Lab und geh uns die Daten. Ja, ja, ja. Hier geht's rein. Danke für die Verstärkung. Ich bin dran mit Decken. Ja, ich habe ihm die Kugel direkt ins Genick besetzt, bevor jemand fragt. Los geht's. Wir haben kein Extra-Leben, das heißt, wir dürfen nichts mehr mehr. Hab dich. Alles gut. Erschieß ihn. Brav. Hat der da Magnesium geschossen oder was? Will ich auch. Warte. Warte. Reicht. Sehr gut. Okay. Go, go, go. War vielleicht doch gar nicht so bescheuert. Ja, hat er eben draußen mit dem anderen Geschirr Spaß. Okay. Go, 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 go. Raus, 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 raus. Mein Freund. Da werden eine Menge Leute auf uns warten. Da werden eine Menge Leute auf uns warten. Da werden eine Menge Leute auf uns warten. Sehr schön. Du gehst zuerst rein. Oh nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Wo muss ich raus? Ach, da. Da geht's raus. Scheiße, wie schwimme ich nochmal? Scheiße, wie schwimme ich nochmal? Ich würde gerne wissen, wie ich schneller schwimmen kann. Alter, schwimm doch. Scheiße, wie schwimme ich? Ich kann nicht schwimmen. Das ist jetzt auch kein Witz. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nichts machen. Der schwimmt nur runter. Stellt euch mal vor, das passiert euch in Real Life. Ihr seid in so einem Tunnel und auf einmal geht gar nichts mehr weit. Keine Ahnung. Absoluter Horror. Ach du Scheiße, ey. Wie tauche ich auf? Auf welcher Taste tauche ich auf? Oder geht das vielleicht gerade hier noch nicht und ich habe einfach nur eine falsche Panikattacke? Aber dass er da so raus schimmt, habe ich auch noch nie gesehen. Wie weit ist es denn noch? Ja, ist jetzt nicht mehr so weit. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich kriege gerade voll in Panikflash. Was ist, wenn ich gleich nicht auftauchen kann? Wir haben kein einziges Teamleben. Das steht auf Hard Mode. Dann verlieren wir das wegen mir. Oh, so eine Steuerung ist das. Herzhaft. Ja, ich bin dabei. Ja. Ja. Ich habe mehr versehentlich die Steuerung weggehauen. Oh, war das dämlich. Oh, ich kriege voll die Panikattacke hier noch. Halt still! Ich habe das Vieh. Oh, dämlich! Schön still halt. Oh, ich kriege voll die Panikattacke hier noch nicht. Duuude! Okay, karotisch ist es auf jeden Fall. Wir sind getroffen. Das merkst du. Aber das war der letzte. Komm schon. Jawohl! Wir packen es irgendwie. Ein bisschen Panik war dabei. Und ich bin froh, dass es irgendwie geklappt hat. Alter Schwede! Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Sehr chaotisch. Sehr chaotisch dann am Ende. Ich verstehe jetzt, was ich falsch gemacht habe. Das ist halt um Controller grundlegend anders. Und ich hatte das. Ja. Das war knapp. Ja. Das war knapp. Ja. Das war knapp. Ja, das kriegen wir noch hin. Boom. Schöne Endkarte. Welche Medaille habe ich für meinen Auftritt bekommen? Nee, Gold. Geil. Ja gut, so leicht kann es manchmal gehen. Oh, ich kriege auch die tatsächliche Beute von der möglichen Beute. Oh, das ist so mein Anteil. Ja gut. Gut. Elite haben wir leider nicht geschafft. Aber egal. Haben wir alles nicht geschafft. Aber zumindest wurde niemand erledigt. Gut, das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.